Hallo zusammen, heute ein rasantes Spiel, das auch richtig Laune macht. Anstrengend, aber Grafik ist überragend gut und die Idee ist einfach nur simpel. Man isst ein netter kleiner Ball und rollt so gemütlich vor sich durch die Galaxie. Aber Achtung, wehe, man kommt abseits der Straße, dann fällt man tief. Also nochmal, die Grafik finde ich für ein Arcade-Game sehr, sehr gut gelungen. Gut umgesetzt, einzig ist, liegt aber vielleicht an meinem schlechten Skill, dass mir das Spiel irgendwie zu schnell ist. Ich kann den Ball auch nicht langsamer einstellen, ich fall ständig links und rechts herunter. Ja, es gibt diverse Möglichkeiten, die man vielleicht noch einstellen kann und genießen wir es ein bisschen, wie ich hier komplett versage. Aber das Spiel als solches kommt auf meine Top-Liste. Denn es macht Laune, auch wenn es am Anfang nicht so gut funktioniert, aber da kann man schon Zeit investieren. In diesem Sinne, schaut es euch noch bis zum Ende an. Und wenn es euch gefällt, lasst mir ein Abo da, ein Like unter dem Video und wenn ihr mir sagen wollt, wie gut ihr dort zurecht gekommen seid, schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.